Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Go Simulator Waste of Space mit meiner lieben Tochter, die Jessica, hey. Hallihallo und es geht munter weiter mit deinem Hintern. Okay, gut, okay. So wie es auch angefangen hat. Genau, so wie das Ende beim letzten Lagen. So wie es auch geendet hat. Ich weiß schon, was du meinst. Okay, ja, das ist alles so geschrieben. Aber wir haben schon 12.000 Dollar gesammelt. Nächstes Ziel Privatraumschiff. Achso, das kriegen wir dann, wenn wir die nächste, uns fehlen noch 2.000 irgendwas. 600, ich brauche eine Brille, glaube ich schon. Ich habe jetzt irgendwie gerade Lust auf das Rennen bekommen. Ja, ja, haben wir gesagt, ja, genau, haben wir gesagt, ja, machen wir auch, machen wir auch. Siehst du, habe ich schon wieder mein Kurzzeitgetechnis noch, das zu wünschen. Ich habe auch ein Kurzzeitgetechnis. So, hier habe ich es gestartet, hier habe ich es getriggert. Ich drücke mal hier drauf. So war das, glaube ich. Ja, genau. Ja, und jetzt, genau, jetzt kann man hier, und ich bin oben, du auch? Ja. Dann los geht's. Los! Ich glaube einfach hier nur auf die, durch die Ringe. Hey, da ist es unten. Das dürfte hier so ein Rundkurs sein. Okay, das machen wir so. Komm, ich glaube. Hui! Okay. Ähm. 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 Was ist das hier? Kann man hier vielleicht? Ich will keine andere. Nein! Okay, genau das wollte ich nicht. Absteigen. Ich hätte geglaubt, ich wollte probieren, ob es einen Boost oder sowas gibt, aber glaube ich nicht. Jetzt können wir dann später alles zerschlagen. Da ist sicher überall Geld drinnen. Ja, ist schon cool, ne? Hey, eine Giraffe! Oh nein! Oh nein! Bin ich hier? Ich steck. Nein! Oh nein, jetzt hat der Mümmern. Ja, 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 ja. Ach, du machst ja vorher. Yes! Nein! Nein! Was? Rennen, Felge schlagen? Warum? Ja, wir haben das E-Tilis aus. Echt? Ja. Was? Na, das ist aber ein Problem später noch. Hey, was ist das bitte? Okay, dann probieren wir später noch einmal. Wo sind wir jetzt ganz... Können Sie jetzt auch noch einmal versuchen? Wo sind wir da jetzt bitte? Ich will jetzt noch einmal. Wie ist das? Wir sind jetzt schon wieder ganz woanders, oder? Das ist ja aber ein riesiges Gebiet auch. So, ich warte, ich schau mal da ganz kurz. Ah, okay, warte, lass mich einmal ganz kurz. Stretch goals. Ah, karte einmal, okay. Achso, das ist die ganze Welt. Achso, ich kann das E-S-S-A-L-E-N-E auch machen, oder? Das ist, was wir freigeschaltet haben. Ich gehe den Weg jetzt noch einmal zurück. Okay, für alles, was wir freigeschaltet haben, kriegen wir Geld. Wenn wir das Privatraumschiff freischalten, kriegen wir 15.000 dafür. Die Karte war das. Beschleunigung, Lenken, Turbo, Ausstoßen, Beschleunigung, Karte, okay. Ja, man muss sich da ein bisschen reinfinden. Rennen fehle, achso, das ist, was wir bis jetzt gemacht haben. In so einem Log, ja, wie ein Logbuch halt, dass wir wissen, was unsere letzten Aktionen waren, was wir gemacht haben. Ja, Mission, das ist interessant, siehst du, diese haben wir schon. Crowdkicker-Hitquotter, jetzt brauchen wir Roboter-Rabauke-Anfänger, Roboter-Umgehauen, 0 von 50. Okay, ich habe jetzt mitzunehmen. Okay, cool, wir haben wieder was freigeschaltet, oder? Hey, ist das der Raumgleiter, wollte ich sagen. Das schaut echt cool aus. Das muss ich noch einmal, achso, ja, aber während ich das mache, kannst du ja tun, das haben sie aber schon besser gemacht. Weil das war vorher nicht, weil sobald ich was mache, musst du auch mitschauen, ne? So kannst du dich währenddessen frei bewegen. Also schau, wir müssen da halt mal Missionen, Roboter-Rabauke-Anfänger, Roboter-Umhauen, 0 von 5. Oder Hover-Bike-Rennen, schließe Rennen Nummer 1 ab, okay, das haben wir ja noch nicht geschafft ganz. Aktiviere die Radarschüttel, das ist die Hauptaufgabe. Ja, und wie gesagt, Nebenaufgaben, wir müssen so Roboter-Rabauken schlagen, 5 an der Zahl. Also, wenn wir die treffen? Ich glaube, ich habe ich irgendwie verlaufen. Schauen wir mal, weil vielleicht gibt es da auch wieder Ziegen dafür. Wir haben bald alle Ziegen freigeschaltet, kannst du dir das vorstellen. Schau, die, ist das cool, die hat auch einen, einen, einen Helm. Aber ich sehe, ich habe da auch. Das ist wirklich cool. Cool. Ist das ein Roboter-Rabauke? Ähm, was? Hä? Ich habe, ich habe den jetzt. Sag bloß. Guck dir das an. Hier macht einer Sport. Okay. Was macht der das auch? Kann man den auch machen? Ich. Okay, ja, ganz normal. Ich habe den jetzt runtergehauen und dann ist das hier passiert. Weißt du was? Der steht jetzt in der Wand. Das ist auch cool, ne? Weißt du, was unsere Ziege für eine Fähigkeit hat? Nein. Probier mal L-A-R1. Du hast das automatisch dann immer bei dir, wenn du das R1 drückst. Dann zauber dir einfach so einen her. Ja. Und wenn du da auf 3 drückst, ist es wieder weg. Also dann steigt das ab. Und das kannst du immer wieder aufs Neue holen. Ist das cool? Das ist eigentlich eh voll cool zum Fahren. Ja, ja. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Zerstören. Boah, das ist ja auch riesig, das Gebiet. Ach bitte, wo soll man da alles finden wieder? Ja, da muss ich, glaube ich, wieder mal eine Nachtschicht einlegen, ne? Ja. Eine müsste reichen. Ja, schauen wir mal. Von da sind wir gekommen, oder? Eine oder zwei. Ich will da... Nein, da ist schon wieder was Neues. Ich glaube, nein. Es ist groß. Es ist wirklich riesig hier, das Gebiet. So, jetzt bin ich irgendwie... Wahnsinn. Boah. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie zurückzufinden. Hast du alles erkunden? Das ist ein Great Crack. Da drüben. Ich bin wieder am Anfang. Soll ich das Rennen nochmal starten? Ach so, dass du dann die Mission schaffen einmal, glaubst du? Ja, ich glaube, ich bin ja automatisch dann bei dir, oder? Ja, eh, deswegen, ja. Ich glaube, mit drei kannst du das starten. Das stelle ich einmal... Ja, genau. Das... Wir müssen irgendwie schneller sein. Ja, aber es gibt keinen Turbo-Boost oder so, gibt's ja nicht. Und da, wie soll man da... Hallo, ich bin... Wieso bin ich so schief? Das... Hä? Hä? Ich stecke. Ich stecke. Hä? Wie glücklich bin ich? Wissen. Es darf eine bleibende Zeit. 20 Sekunden. Boah, wie soll man das schaffen? Vor allem, wenn man nicht mehr weiß, wie weit das... Boah, wo ist die Zeit? Ah, da unten. 5, 14... Aber ich bin jetzt auch ein paar Mal hängelndgeblieben. Ja, aber... Das will ich... Wie weit geht das noch? Nein, ich darf nicht mehr weit gehen. 11 Sekunden, 10... Ach so, ist das bei... Ich bin einmal beim Checkpoint, wenn's dann... Ah, der ist mal ungefähr... Der hat mich... Hey, da ist mir einen entgegengekommen, Gegenverkehr. Ich weiß, ja, es ist mir vor... Na, ist das ein Ungustl? Ein Ungustl. Ein Ungustl. So, und jetzt? Echt, hier ist es schon aus... Ja, nein, völlig erschlagen. Aber ich bin jetzt... Das geht darin, glaube ich, sogar noch. Aber ich bin auch 2 oder 3 Mal... Ja, was? Ein paar Minuten. Ach so, ein paar Minuten. Ein paar Sekunden bin ich da hängengeblieben. Ach, das... Hey, schau, was ist da mit dir eingeschlagen? Da ist ein Meteor eingeschlagen. Mit ihm? Was ist mit ihm? Ich geh nochmal zurück. Ah, ein Gelbmensch. Ein Gelbmensch. Schau dich dabei ein bisschen hin. Hey, schau, was da versteckt ist unter dem Meteor. Ich geh mich... Also, ich geh nochmal zurück und schau dich dabei noch ein bisschen hin. Und dann können wir es nochmal versuchen. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen. Hallo, ich bin grad... Irgendwie bis... Rektor vielleicht? Ja, Rektor hilft. Ja, Rektor hilft. Das ist ja Wahnsinn. Ach, da sind wieder Kisten, die sind gut. Da ist ja wieder was. Was ist das? Rufzeichen ist normal eine Quest, ne? Was ist da? Ich warte, ich mach mal die Kisten. Ah! Ja, das war... Das klingt gut. So, muss ich da mal reingehen? Was ist da? Der ist ja auch vorher reingefallen, oder? Der, der fast... Ja, ja, der, der... Der hat mir vorher auch schon mal reingefallen. Ah, ich hab was rausgefunden, glaub ich. Da hab ich ja vorher diesen Klumpen gefunden, ne? Ja. Ich glaub, den muss ich da reinlegen. Ah, okay. Kann das sein? Ja, genau, der ist aber eher am Ende vom Ziel. Du, soll ich noch mal starten? Vielleicht kann man mit der... Vielleicht kann man mit der Zunge herziehen. Also, willst du noch einmal... Ja, dann... Ja, probieren wir noch einmal. Okay. Jetzt muss ich einmal ein bisschen... 3, 2, 1, 7. Ach, ich... Ja, jetzt ist wieder ein schlechter Start. Ich muss aufpassen, dass man nicht... Ah, da ist dann der Klumpen, den muss ich mir da, glaub ich, holen. Nein. Bei mir geht's eigentlich nicht alleine gut. Ja, bei mir auch noch, noch, noch. Da bin ich vorher auch die ganze Zeit alleine geblieben. Aber da... Wie gesagt, man... Da... Ja, aber man muss eh da, glaub ich, es gibt keinen anderen Weg. Doch, da bin ich vorher oben. Du hast es geschafft, oben? Ja, ich bin... Keine Ahnung wie, aber... Ich bin... Ich hab's toll, es wird nicht geschafft, oder so. Na, war der, das ist so cool. Aber jetzt sind wir besser in der Zeit. Ja, 20 Sekunden haben wir noch, das könnte was werden. So, ich weiß schon. Oh, jetzt nur der, der aufpassen auf den einen Typen da, der... Ja, genau den, ausweichen, ja. Gegenverkehr ist immer gefährlich. Ich muss die Hinen packen. Ich muss die Hinen packen. Aber du mir nicht, weil sonst liegen wir alle da. Ja. So, komm, bitte. Sieben, sechs, sag, dass das letzte war. Na! Warte, wieso haben wir das? Acht noch. Was? Wieso? Hä? Komm, bitte, sag, dass wir da... Na! Ach, bei dir geht's da noch weiter? Ja, wie soll man das schaffen, bitte? Warte, ich seh da gerade, ist da vorne wieder eines. Oder, oder, vielleicht kriegen wir da schnellere Gefährte dann, ha? Glaubst du? Ich weiß nicht. Wir werden, wir werden's rausfinden. Jedenfalls hier ist eine Menge... Oh, was war denn das jetzt, ein Leser-Strahl? Eingesammeltes Geld, schon wieder so viel. So viel Geld wieder gesammelt. Wir haben wieder irgendwas freigeschaltet. Ähm. Okay. Wo bist du, wo immer ich bin, ich habe gehört, weil du bist Star Wars, ne? Tja, ja. Kann ich mich kennen Sie, oder? Star Wars ist cool. Ach, warum geht diese Kiste nicht drauf jetzt? So. Oh, okay, da ist so ein Strahl. Mhm. Oh nein, das war jetzt zu viel. Okay, was ist das? Ah, das ist doch sicher auch so ein Minigames, oder? Irgendwas abschießen, oder? Das sind so Pappkartons. Ich schau ja meinen Ball mit der Kugel. Meinen Ball. Die abschießen, oder? Das sind doch lauter so Minigames, oder? Warte, ich probiere mal. Kommen. Lecken, Cotton, Cotton Goldsmith. Was? Was ist denn, ist schon wieder was? Warte, da gibt es ja 100.000 Sand, bitte. Immer wenn man ein bisschen mehr Geld gesammelt hat, dann zahlt man immer was Neues frei, und dann kommen immer diese Wischen-Sequenzen. Ich will den Ball, ich will den Ball, lass du den Ball aus. Warte, bleib mal stehen, wenn ich auch auf sie... Ah, einfach zerstören. Schau, da kriegen wir Geld. Vielleicht. Muss man da gar nicht mehr machen. Ah, okay. Ich lasse ihn mal aus. So, ah, ja, gut, dann hier sind wieder Kisten. Money, money. Jawohl. Das Geld schmeckt gut. Ja, das ist mega. Geld ist immer gut. Slow Animals. Okay, langsame Tiere. Das ist da. Lib, library. Lib, library. Da will ich da schon rein. Ich weiß, da gibt es so viele Sachen zum Schauen. Ich schau mal rein da kurz. Ah, darf das so eine Wohnung sein, oder was? Oh mein Gott, was ist hier los? Was ist hier los? Was? Sorry. So, okay, Kisten. Gibt da auch was her? Ich bin bei Bonnie. Ausgang, okay, mehr ist da, glaube ich. Bist du auch hier? Okay, da ist ein Portal bei mir. Schau mal. Ah, wo bist du? In woanders, oder? Ich bin da, Moment. Hier, wo wir diese Figuren da herumgeschlagen haben. Okay. Wo bist du? Ich war da in dem Lib, rar, Lib, rar, i. Oder Lib, rar, i. Ich bin bei, ich bin bei Bonnie, irgendwie, Bonnie. Arius Corporation. Bist du Bonnie, irgendwie? Das ist so, da kommst du überhaupt vor lauter Schauen. Da ist jetzt ein Portal, soll ich da mal reingehen, aber nicht, dass wir da irgendwo anders sind? Warten wir noch. Ach, da gehen wir später, aber das merkt man sich. Da geht es in einen komplett neuen Bereich, da will ich... Ah, hier? Warte, ich muss mal... Ah, da warst du, Lib, rar, i. Egal, schauen wir uns da noch ein bisschen um und dann schaue ich mir mal auf der Karte. Da vorne, oh Gott, was ist da alles? Ah, jetzt komme ich da wieder zurück, wo dieser Radar, 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 Radar oder Radar? Da war das Spiel, das Rennen, ja okay. Da war das Rennen. Ich gehe da mal rauf zu dem... Warte mal. Ich schaue da mal rauf. Ah, da sind wieder Kisten. Schon wieder, okay. Immer wenn wir... Lass mich da alles so reinschalten. Moneypin. Okay. Ja. So, wo bin ich, äh, wo haben wir da? Ähm, da sind wir da gekommen, na oder? Da geht es doch... Ich schaue nur. Nein, 3D-Printer, 3D-Drucker, bitte, was ist da alles? Ah, ups. Eben. So haben wir... Das ist doch Wahnsinn. Ist das auch Geld? Wo war denn jetzt? Sind zwei Geld? Ah, hier. Na? Ist das da schon wieder? Das ist... I can fly! I can fly! Hä? Ah, wo ist denn, fuck it? Ähm. Okay, war das. Ich weiß gar... Ah. Hä? Wo ist mein Geld? Ah, da ist... Okay, das ist... Schaut gefährlich aus. Das ist radioaktiv. Das Zeichen ist radioaktiv. Ist das... Ah, ist... Ah, ja, ja. Okay. Was passiert hier? Das ist ja Wahnsinn da alles noch. Okay, ich hab da jetzt einen guten Überblick hier. Kann man die, aber ich trau mir die nicht zerstören. Das ist doch hoch radioaktiv. Aber wo ist... Also doch, da war dieses Portal, wenn ihr da jetzt herschaut. Da unten warst du in der Librarie, genau, da war auch dieses Rennen hier, das ging hier auch noch, da bin ich jetzt gerade oben, und da fängt alles an, da ist die Kuppel, wo wir da hergekommen sind, genau, da ging glaube ich auch noch das Rennen hier weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, genau, ja. Ich geh einmal zu der sehr großen Satellitenschüssel, oder was das ist. Mal schauen, ob da oben was ist. Ist da ein... Ah, ich hab mir gedacht, da kann man nicht durch, oder noch nicht. Ist das so ein Schutzschild? Keine Ahnung. Energieschild, oder? Lass mich da nicht rein. Achso, eh klar, nicht? Aktiviere die Radarschüssel. Okay, also wie kommen wir da rein? Wir müssen die aktivieren. Das ist die Hauptaufgabe. Aber wir müssen da irgendwie reinkommen, also da müssen wir das quasi irgendwie... Kann man die vielleicht zerstören? Wir müssen einen Weg da rein... Ah, Moment, Moment. Ich werde mich da noch... Ah, es ist schon wieder fast 20 Minuten, das ist ein Wahnsinn, das geht so schnell hier. Mann, ich bin okay, da waren wir vorher. Was ist da? Ich versuche hier irgendwie den Fels. Ich glaube, ich... Kann man den Fels irgendwie mit der Zunge nehmen? Ah, jetzt. Jetzt geht's. Ich bin auf der Radarschüssel. Okay. Jo, ähm... Gut, 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 dann hier mal. Ich zerstöre mal alles, ist immer gut, ne? Zerstören ist immer gut. Okay, ich nehme das jetzt mal mit. Dann hier, überall Kisten. Kommt gar wieder was, oder? Upgrade Bank für Raumschiffe. Aus French School haben wir erreicht. Vielleicht muss ich das mit dem da hinten? Das ist sowas, glaube ich... Es hat mehr... Es hat mehr Kraft. Jessica, da kann man manche zerstören, es sind so diese Klumpen versteckt. Okay. Und ich glaube, die muss ich da reinlegen. Vielleicht muss man das eh machen für diese Aufgabe, oder? Oder ist das für was anderes? Keine Ahnung. Das könnte man auch dann probieren einmal. Ich bin gerade irgendwie am Versuchen, diesen Tizen hier rauszusuchen. Die Meteoriten, die Meteoriten da? Meteoritenbrocken? Genau, ja. Na, da. Ich fahr' da jetzt mal rein. Du nimmst dir was vor. Ich fahr' da drüben sehe ich wieder. Ist jetzt irgendwas passiert, oder? Der Typ wieder. Der geht mich so am... Richtig. Äh, wie soll ich... Das funktioniert irgendwie nicht. Aktivier. Ja, super. Aktivier die Radarschriftung. Naja, lassen wir das dabei nochmal. Vielleicht komme ich da nochmal drauf zurück. Wasser. Wenn ich mir eher wieder sehen könnte. Kann ich das... Hä? Wieso habe ich da jetzt einen komischen Blick? Schau, wenn ich das Wasser nehme, habe ich da einen ganz komischen Blick. Okay. Und wenn ich es auslasse, ist es wieder normal. Das ist doch nur Wasser. H2O. Also das hat doch sicher auch eine Bewandtnis, oder? Irgendworts muss man da... Sicher, ja. Aber was muss man da... Okay, was ist mit dem Drucken da? Kann man das... Ja, genau. Zerstören einmal. Und jetzt kannst du ihn dann nehmen, vielleicht mit der Zunge, und dort reingeben, wo ich gesagt habe. Weißt du noch? Vielleicht... Weißt du, wie ich meine? Aber da muss man ja mal finden. Bei diesen... Ich weiß nicht, wo das war jetzt genau mehr. Ich weiß nicht, wo das war jetzt genau mehr. Ich weiß nicht, wo das war jetzt genau mehr. Muss man suchen? Bei dieser Librarie... Möglich, ich weiß das gar nicht. Ich habe momentan noch immer... Wo warst du da? Ich kann... An kein Landeplatz. Soll ich zu der Librarie... Schau mal hin, schau mal hin. Wir springen eigentlich schon so hoch wie mit der Engelsziege, weil hier... Weil wir ja im Weltall sind, ne? Ja. Dadurch ist die Schwerkraft auch nicht so stark, so groß, sag ich einmal. Dadurch haben wir eigentlich einen relativ... Weil... Und da liegt schon wieder eine. Warte, ich... Habe ich... Moment. Ich schau da mal. Ach, das ist ja wahnsinnig. Boah! So ein riesiges Gebiet. Ach, hier rein. Hier muss ich hier reinbringen. Wir haben schon wieder was freigeschaltet. Das kann man oder so. Die Testkammern. Boah, Wahnsinn. Ach, siehst du, hier muss man die reinbringen, schau. Ja, ja, genau, das habe ich ja gemeint. Genau, genau, probier es einmal. Schau mal, was da passiert. Oder passiert was? Vielleicht. Okay. Wir gehören sicher noch mehr rum. Ja, wahrscheinlich, weil es liegen auch noch mehr rum. Warte, ich helfe dir. Da liegt bei mir auch wo einer. Wo ist denn der jetzt? Okay, das hat sich jetzt aber zugehört. Was? Keine Ahnung. Zu ist? Ja, schon. Ach ja, wie? Aber es passiert irgendwie nichts. Okay. Bring mir mal mehr hin. Vielleicht passiert da noch was. Keine Ahnung. Hört, ich habe da einen. Aber wo bist du? Wo war das? Da, wo eh der Weg auch zum... Ähm, bei den, sind eh solche, soll ich das sagen, diese Dienste? Bin ich da? Bin ich da? Ähm, ah. Neue Mission, Erz-Erkunder. Finde und ernte drei Erze. Sind das die Erze? Könnte sein, dass das die Erze sind, was wir suchen müssen. Oder ist das wieder was? Was ist denn da unten, bitte? Ah, wir haben schon... Jessica, wir machen wieder kurz eine Badpause, weil wir haben 23 Minuten schon wieder, ja? Dann würde ich mal sagen, ich habe mich kurz hier ganz gemütlich in diesem Kristall hier versteckt, oder was auch immer. In diesem, ja, ah, ja. Ich schaue nochmal, was das genau ist. Was, Alec? Was? Das ist so kleingeschrieben. Chianit, Chianit, was? Chianit-Titanum-Klumpen. Okay, jetzt haben wir es. Was, Kisten? Fragezeichen. Kisten? Was? Ah, das warst du? Okay. Okay, gut. Warte. Okay, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Wir machen einen kurzen Badpause, wir sind gleich wieder zurück. Okay. Und ja, ich sage mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.